In meinen Augen ist einer der Hauptschlüssel, warum Menschen nicht dahin performen, wo sie performen könnten, die Wenn-Dann-Funktion. Wenn-Dann heißt es ja immer, wenn dieses gemacht, erreicht, gelöst, bla 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 ist, dann kann ich tatum-tum-tum. Und ich kriege, oh nagelmännlich fest, ich habe das Gefühl, eine Milliarde E-Mails am Tag, so viele sind es nicht, aber gefühlt sind es so viele, die mir immer wieder schreiben, wenn ich das gelöst habe, dann mache ich, dann komme ich ins Goldprogramm. Und diese Dinge sind vielfältig. Wenn ich meinen Schweinehund überwunden habe, wenn ich meine Zweifel besiegt habe, wenn ich meine Mutter gepflegt habe, wenn ich mit meiner Antitrauma-Therapie fertig bin, wenn ich ganz gesund bin, wenn ich 20 Kilo abgenommen habe, wenn ich mich besser fühle, wenn ich meinen Job gewechselt habe, wenn ich aus meinen privaten Problemen rauskomme, wenn ich, was weiß denn ich, was alles für ein Drecks, wenn. So. Aber der Hintergrund dieser Aussage heißt ja, du kannst erst dann erfolgreich sein, wenn alles in Ordnung ist. Und dieser Zustand tritt in der Regel mit dem Zeitpunkt des Todes ein, eben nie vorher. Und deswegen ist es vollkommener Quatsch zu glauben, dass dieser Zustand jemals kommt. Und der Schlüssel dazu muss ein ganz anderer sein. Egal, was gerade ist, mach weiter. Egal, welche Hürden in deinem Leben anstehen, mach weiter. Egal, welche Baustellen eigentlich noch offen sind, mach weiter. Das erlebst du auch ganz häufig, dass Menschen irgendwas angeleiert haben, in irgendeinem Kongress drin sind oder irgendeinen potenziellen Auftrag am Laufen haben. Und dann sagen die, jetzt warten wir erstmal ab, bis dieses, bis der kommt oder nicht kommt, bis eine Antwort kommt, bis keine kommt. Auch schon wieder, wenn, dann Funktion. Wir machen uns immer abhängig von irgendeiner Reaktion, Aktion, Zustand, Nichtzustand, anstatt dauerhaft und immer weiter zu machen. Jetzt muss ich fairerweise sagen, dass meine Firma, meine eigene Person und vor allen Dingen meine Mitarbeiter da wahnsinnig drunter leiden. Weil bei uns geht es ja immer irgendwie weiter. Jetzt hat man, das Platin-Programm ist noch gar nicht zu Ende. Wir haben alle noch Augenringe, sind noch todes erschöpft und hatten eigentlich mental noch das Gefühl, diese Woche machen wir ein bisschen ruhiger und gucken mal. Und jetzt hat man gerade Meetingbesprechung, was diese Woche alles ansteht. Und nächste Woche, du kannst dich schon wieder erschießen. Ist das schön? Nein. Ist es stressig? Ja. Ist es erschöpfend? Ja. Komma, aber bringt halt auch Umsatz. Und ich stelle halt immer wieder fest, dass die meisten Menschen, ja sowas haben die und wenn ich mich dann wieder ausgeholt habe. Es ist immer wenn, dann. Und ich glaube, dass du nie mit wenn, dann tatsächlich arbeiten darfst, weil du zu keinem Zeitpunkt eben das hast, wo das Ausreichendes richtig ist und funktioniert. Und mir tut das so weh, weil es ja nicht nur eine Wenn-Dann-Funktion ist, sondern sogar eine Blockade im Gehirn. Also wir glauben ja wirklich in dem Moment, dass Dinge gelöst werden müssen, bevor was funktioniert. Wir glauben ja wirklich, dass wir so große Seelenschmerzen haben, dass wir so lange nicht weiterarbeiten können. Wir glauben ja wirklich, dass wir erstmal die Homepage haben müssen, um Umsatz machen zu können. Wir glauben ja wirklich erst, dass ein Produkt fertig sein muss, bevor wir es verkaufen können. Ja, und all das stimmt ja auch nicht. Also ich habe auch ohne Homepages auch in digitalen Zeiten Umsatz gemacht. Ich habe auch schon Produkte verkauft, die es gar nicht gab. Eigentlich mache ich es immer so. Also unser aktuelles Produkt ist nachher zu ausverkauft. Mal gucken, was wir da reinpacken werden. Deadway sinkt noch nicht. Haben wir noch viel Zeit dazu. Einen Online-Kurs kannst du auch schon mal verkaufen und kannst du dann schrittweise noch aufnehmen und sukzessive voranbringen. Aber nur weil das so funktioniert, funktioniert es eben auch. Und wenn du dir das nicht gestattest, mit all deinen Schmerzen, all deinen Sorgen, all deinen unperfekten Dingen, eben wenn du nicht gestattest, nicht weiterzumachen, geht es nicht voran. Ich glaube, der größte, die größte Art der Perfektion ist es, mit der eigenen Unperfektion zurechtzukommen. Und anders ausgedrückt, ich will dieses schöne Beispiel noch verbringen, ich war ja mal, also ich meine, ich war ja schon häufig verliebt, was ja ein anderes Grundproblem meines Lebens ist. Aber als ich so jung war und verliebt war und dann sagt vielleicht wirklich deine Angebetete noch, das war übrigens zu Zeiten, als es keine Handys gab, hey, ich rufe dich an. Und dann bin ich eine Woche zu Hause sitzen geblieben, weil du gehofft hast, dass die dich anruft. Und wenn du eine Woche eigentlich so neben dem Telefon kampiert hast und eine Woche, die nicht angerufen hat, dann weißt du, dass eine saublöde Wenn-Dann-Funktion zum Laufen gekommen ist. Wenn die anruft, geht mein Leben weiter. Und dann gab es ein Lied damals. Es hatte irgendwie die Zeile Don't call me, I call you. Was ja viel mehr bedeutet als, ich rufe dich an und nicht du mich. Sondern in Wirklichkeit bedeutet es, wir schalten die Wenn-Dann-Funktion aus. Ich warte nicht darauf mein Leben lang, ob du mich anrufst, sondern ich rufe dich sofort, jetzt oder wie auch immer an. Und dann habe ich gemerkt, man könnte ja auch zwei oder drei Frauen gleichzeitig ansprechen. Und eigentlich könnte ich nicht nur zwei oder drei ansprechen, sondern, gut, so erfolgreich war ich nicht, aber eigentlich 20, 30 parallel ansprechen. Weil wenn wir von einer Erfolgsquote von 10 zu 1 sprechen, musst du eh 10 ansprechen, bis eine dich anruft. So. Und jetzt wollen wir ja nicht über, wie heißt das, über Polyamorelie sprechen, sondern eigentlich darüber sprechen, dass du sehr wohl polyamorös sein darfst, was deine Kundenbeziehungen angeht, was deine Projekte angeht, was deine Doings angeht. Und darum komme ich wieder darauf zurück. Über die Liebe können wir streiten, aber im Business darfst du 10, 20, 30, 40, 50 Eisen im Feuer haben. Das müssen ja nicht verschiedene Feuer sein, aber es kann ja deine Positionierung, dein Weg sein und natürlich kannst du dann Gas geben. Und ich hatte erst heute wieder, wenn wir so eine wunderbare Plattform, wo wir unsere Kunden 24-7 betreuen und ich habe ja in der Nacht immer Schlafstörungen, wieder ein anderes Problem. Und dann wache ich mir in der Regel um drei Uhr auf und denke mir, oh, ist aber langweilig hier im Bett. Und dann gehe ich auf diese Plattform und gucke, wer in der Nacht gearbeitet hat und welche Fragen dann sind. Und dann beantworte ich mir die Fragen. Und heute Nacht war eben so eine typische Aussage, nächste Woche, muss ja dazu sagen, heute ist Dienstag, das ist in dem Fall relativ wichtig. Nächste Woche mache ich mich dran, einen Verlag für mein Buch anzusprechen. Und dann fange ich ja schon zweimal an zum Kotzen. Und das mitten in der Nacht um drei. Erstens, warum nächste Woche, wenn heute Dienstag ist? Also ich würde die Aussage ja verstehen, wenn heute Sonntag wäre und selbst dann hätte ich ein Problem damit, weil Sonntag ist ja ein wunderbarer Tag, Verlage anzusprechen. Aber warum fünf Tage Zeit lassen, bis ich sie anspreche? Allein die Perversion in eine Betreuungsplattform reinzuschreiben, was ich nächste Woche tue, anstatt es in der Zeit, in der ich die Betreuungsplattform anschreibe, es eben gleich zu tun. Also, das war der erste Punkt, dass wir Menschen ja Quassel-Eimer sind. Wir reden ja darüber, was wir anscheinend tun wollen würden. Also wir, gut, das ist Marketing, wir gackern ja über die Eier, die wir legen, aber interessanterweise gackern wir mehr, als das wir legen. Wobei ich auch so einer bin im Privatleben. Meine Frau sagt ja immer zu mir, du musst auch alles kommentieren. Aber klar, wenn ich schon mal den Mülleimer raustrage, sage ich natürlich laut und deutlich, Schatz, ich trage den Mülleimer raus, damit ja die Familie nochmal dokumentiert und manifestiert, dass ich was getan habe. Fallen aber logischerweise nicht drauf rein. Aber Mülleimer ist ja auch kein Business von mir. Also will heißen, ja, es will ich so tun, jetzt kommen wir zu den Feuern, den Eisen, ich verliere mich gerade. Und warum schreibt ihr dann einen Verlag an und nicht 50? Das ist ja die gleiche Geschichte. Jetzt lass mal überlegen, Verlage sind ja, liebe Verlage, kleiner Zwischenton, seht mir das nach, ihr seid großartig. Aber bei den meisten von euch ist ja die Reaktionszeit nicht gerade so wahnsinnig schnell. Klammer zu. Das heißt, bei Verlagen kann das schon mal länger dauern, bis ein Verlag reagiert. Und lass das jetzt mal rein theoretisch drei Monate sein. Und jetzt stell dir mal vor, du willst ein Buch schreiben und schreibst nur einen Verlag an, wartest drei Monate, schreibst nach drei Monaten den zweiten Verlag an, nach drei Monaten dritten, nach vier Monaten vierten. Das heißt, du hast vier Verlage in einem Jahr. Wenn du jetzt aber 40 Verlage anschreiben musst, brauchst du ja schon oder bei 50 über zehn Jahre, bis du durch bist. Also es ist natürlich die Empfehlung, hab mehrere Eisen im Feuer, gib mal ein bisschen Gas. Sag eben nicht, wenn der eine Verlag antwortet oder nicht antwortet, gehe ich weiter, sondern gib einfach Vollgas. Oder andersrum gesagt, don't call me, I call you. Oder wiederum andersrum gesagt, gib uns gerne ein Like dafür, abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast oder tu irgendwas, was, damit wir noch mehr von dir sehen, damit wir dich immer anrufen können, wenn du von uns was Neues hast.